Ich diskutiere gerade mit meinem Partner, weil der wollte, dass ich ihn abhole. Aber ich wollte eine halbe Stunde eher Bescheid wissen. Okay, er sagt Bescheid, wenn du ihn abholen musst. Ich frage ihn mal. Es ist immer dasselbe. Moment. Komm mit rein. Und steigt die jetzt? Komm mit rein. Ja, jetzt steigt sie wieder. Komm mit rein. Okay. Drei, zwei, eins. Vielleicht ist er mit dem E... Oh, fuck my life. Nein! Mann! Mann, jetzt bin ich wegen dir gestorben.